Wir wollen den Kasse fuhren, wir wollen den Kasse fuhren, wir wollen den Kasse fuhren. Der Maricopa wird gleich sterben. Es trifft 1,6 Punkte. Alle Pfeile auf der Fläche einer Hand. Warum lobt Vinicorifana nicht? Möglichst schnell über die Bühne zu kriegen. Darf ich mir vorstellen, meine neue Flamme? Das haben wir alle gehört. Kannst du dich nicht mehr rausreden. Das ist auch so, im Bild weht da so eine Tüte durch, von Olympus oder von Aldi. Also Ribana, du hast jetzt die Brille. Du hast jetzt die Brille in der Hand und die ist sowieso nicht in der Hand. Du setzt die Brille auf. Genau so, genau so, du machst das. Action. Klappe. 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 10,12,1 die Achtzehnte. Das ist so unglaublich. Klappe, bereit. Action. 10,12,1 die Zwanzigste. Klappe. Binne, tu sieb Waffen in der Frau einer Hand. In der Frau einer Hand. Ich sag mal, was ist denn das für ein Scheiß? Binne, tu sieb Waffen in der Hand einer Frau nicht gern. So, binne, tu sieb Waffen. Gerne. Nochmal von vorne. Mit E. Ohne E. Ohne E. Ohne E. Aber Druck fehlt. Stopp. Nicht gern, nicht gern, na gut. Kannst du ja eine Hand halten. Ja, kann ich eine Hand halten. Nicht ausschliessen. Nicht ausschliessen. Ne, ich soll nicht. Okay, ich halte sieb Waffen. Ja, dann können wir das mit der Panner anhalten. Action. 10,12,1 die Zwanzigste. Binne, tu sieb Waffen in der Hand einer Frau nicht gern. Stopp. 12,1 die Zwanzigste. Binne, tu sieb Waffen in der Hand einer Frau nicht gern. Das war Vorfall. Ich hab was hab ich... Schnell. Mach uns alle Vorfalligen... Langsam. Mehr Gefühl. Denk es ist deine Freundin, deine Frau, die du liebst. Denk an nichts. 10,12,1 die dritte. Ich hab den Stein nicht getroffen, er ist da nicht. Ich kann das nicht. Nochmal gleich. Ja, ja. Nochmal. Cut. Nochmal. Steck nochmal hin. Du musst das mit einem... Am besten mit einem Ruck rausziehen so den Ball. Ach Gott, oder? Dann bringe ich ihn hier oben. Ja, ist ja egal. Aber... Dann ziehe, dann halte ich dir die Hand drüber, nimmst du sie auseinander. Genau. Nein! Warte, wir machen das anders. Warte mal. Ähm... Die. Die. Ah, die. 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 gegen die starke Büffel, auf Lepp und Tod. Die Winnetou soll mit den besten Messekämpfern von der Marikobas antreten. Und jetzt machst du nochmal beide von vorne. Und jetzt nochmal die Hardcore-Version. Wir glauben, aber wir wissen es nicht. Deshalb sollen die Blutsbrüte auf Lepp und Tod gegen die Marikobas kämpfen. Die Manetou soll es entscheiden. Die Winnetou soll gegen den besten Messekämpfer der Marikobas antreten. Die Shatterhand soll gegen den starken Büffel, auf Lepp und Tod kämpfen. So ist es. Lass mal vergessen. Kappler, Kappler. Action. Mit Klabe, aber wir wissen es nicht. Deshalb sollen die Blutsbrüte auf Lepp und Tod gegen die Marikobas kämpfen. Die Manetou soll es entscheiden. Die Shatterhand soll auf Lepp und Tod mit den starken Büffel kämpfen. Und die Winnetou kämpft. Ne, scheiße. Nochmal. Ja? Lass mal. Mit Klabe, aber wir wissen es nicht. Daher sollen die Blutsbrüte auf Lepp und Tod gegen die Marikobas kämpfen. Die Manetou soll es entscheiden. Die Shatterhand wird auf Lepp und Tod gegen die starken Büffel kämpfen. Die Winnetou wird gegen die besten Messekämpfer der Marikobas antreten. Inge. Komm, man läuft. Moment, bewegt es noch was? Action. Okay, cut. Kamera läuft. Richtig schön. Ja, ich kann nicht reden, weil ich da mit ihm es richtig... Ja, aber du rutschst weg, weil du vorsichtig nicht. Oder bei seinem rechten Fuß vielleicht, wenn du dahin trittst. Ne, das geht auch nicht. Nur so ein bisschen in den Magengegend. Allaus. Ne, was? Ne, was? Die Rache-Listatten büffeln wir durchs Reifen. Unsere Rippen sind verschlossen. Ihr werdet nichts erfahren. Komm, Kleine. Weiter, weiter, weiter. Passt gut auf die beiden Arten. I don't. Sie sind alle hier. Sie sind alle hier. Okay, nochmal, komm, cut. Hier, mit Wunde oder sowas, du musst auf den Arm gucken, dann. Auf den Arm? Ja. Hast du auch eine Wunde? Ja. Oigen, begrüß dich nochmal herzlicher, so hier. Mensch, Bärenjäger, so, weißt du? Probierst du dann so. Zwingst. Ne, du musst doch her, so wie Granger, so, weißt du, wie der bewusst wird. Was schlägt euch Schuh-Hend vor? Wir sollten die Nachricht vom Tod des Häuflings unverzüglich dem Alkofas überbringen. Außerdem werden wir bei denen dazu weiter hinter das Versteck des Goldes zu kommen. Wir müssen die Maricopas wahren. Los, komm. Winnetou wird vorangehen. Auf dem Weg zu den Maricopas werden wir auf Old Shatterhand treffen, der über den großen Teich zu dem Escaleros zurückgekehrt ist. Wir müssen nur einen Satz einfügen, das passt so nicht mit, was schlägt euch Schuh-Hend vor. Der Bärenjäger muss doch sagen, mein Blutsbruder Maschampal wurde von Trems getötet, sonst passt es nicht. Das können wir auch nicht schneiden, das sieht nicht aus. Wir beschärfen Tessil. Du beschärfst Tessil. Der kleine Sisserte. Das hast du mir jetzt nicht aufgemommen, oder? Na klar. Aha, deswegen hast du es gemacht. Der starke Büffel kann Winnetou mit den Nuggets bezahlen. Er muss ihm nur viel Freude bereiten. Dann streck mal her deinen süßen Hintern durch. Kleinen Moment, wir müssen eben die beiden Geiseln nach Arizona bringen. Ich werde sie auf einem Dreck aussetzen. Kamera läuft und action! Und Maison, was gefunden? Gold! Hier ist alles voller Gold. Was ist denn jetzt mit dem Schuss? Ja, jetzt aber kein Schuss. Das ist doch gar kein Schuss. Du musst dir erst mal zeigen, so vorher hab ich ja nicht ziehen. Ich hab ja erst mal schon einen Schuss auf mich zugekommen. Diep, man, du musst das... Ja, wegen Gold ist er auf mich zugekommen. Solange du nicht zeigst, werd ich nicht ziehen. Ich mach auch Ärger. Ich will nicht den Schuss mehr machen. Und du erst schießen, wenn er... Ja, ich weiß. So. Ja, gib mal her, Barbara. Versuchen wir mal. Ja, genau, das ist gut. Wo sitzt das mit dem Wasser? Das ist lang genug, ne? Ja. Was ist das denn? Das ist der Groszorg 30C? Held michiasmoin! Action! Super Wester. Spaß! He's got my life! Hey, was suchen die Bleichgesichter im Lager der Maricopas? Wer bist du? Parangare, der Sohn des starken Püffeln. Der stört mich, Grinley. Los, erledige das, aber nimm Winnetus' Messer. Ha, ha, ha. Nochmal von vorn. Der war gut, ey. Der stört mich, Grinley. Los, erledige das, aber nimm Winnetus' Messer. Ha, ha, ha. Nochmal von vorn. Der war gut, ey. Kommt, lass uns das Dorf zerstören. Oh, ho, 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 ho. Der hat's Ding zerhauen. Also normalerweise musst du ihm erst mal vorher eine kloppen, damit er nachher so eine Fresse hat, wenn du ihn schlägst. Die haben das mit Tic Tac gemacht. Musst du so eine Handvoll Tic Tac, dann kriegst du eine Tic Tac. Schädel, den Tic Tac und Dings in Deckung. Ne, du musst natürlich... Ha, 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 ha. Du darfst ihn erfährlich. Ja, ha, 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 ha. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Ich fährst du doch. Vor dem Fels ist natürlich schlechter Kontrast bei dem Thomas mit dem hellen Hemd, heller Hosen und heller Hosen. Hey, die Sonne geht unter. Einfach so rüber rennen. Und denk mal, weiße, die Indianer. Und Action. Ah, das weiß nichts. War nichts. Geh dich doch einfach rum. Nochmal, komm, auf. Nochmal. Immer weiter hinten. Ihr kämpft weiter. Action. Jetzt rauf. Lauf da einfach hoch. Oh, der Schwein. Hey, du wartest so lange. Du musst gleich rauskommen. Rauchen. Nein. 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 Ja, komm. Da ist die Sonne weg. Los. Action. Hey, ihr müsst nicht kämpfen, Jungs, nach unten. Auf. Weg ist… Weg. Weg. Weg List ist.. Weg, Weg. 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 Untertitelung. BR 2018 Annen wir noch die Glühne. Die Tor plantet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020